Wenn du dich jetzt schon so weit durchgespielt hast, dass du bei den ersten paar Blues-Titeln angelangt bist, dann wirst du vielleicht beim Strictly Straight Blues schon gemerkt haben, Mensch, die Gitarre, die ist schon ganz schön klasse. Das hat genau diesen Groove, den du schon mal irgendwie gehört hast von einem Blues-Stück, von einem Blues-Gitarrist, von einer Blues-Band. Und du hast dazu ein erstes Solo auf der Blues-Harb gespielt. Das klang ja ungefähr so wie... Ja, nicht schlecht. Aber mal ehrlich jetzt, so richtig knusprig und so richtig... war das eigentlich auch noch nicht. Das heißt, irgendwas muss da wohl noch sein, von dem wir noch nichts erzählt haben. Die Gitarre passt, spielt ein 12-Tag-Blues in der Tonart C. Du hast sogar eine Blues-Harb, aber irgendwie klingt es noch relativ brav und bieder. Klar, das liegt daran, dass die Mundharmonika im Moment noch so gespielt wird, dass sie in der Tonart klingt, in der sie gestimmt ist. Das heißt, wir spielen ein C auf einer C-Mundharmonika. So ist das Ganze auch gedacht, in der Tonart drauf zu spielen, in der das Instrument gestimmt ist. Man bewegt sich dabei eher in der mittleren Lage auf dem Instrument. In der Kernoktave, so haben wir es kennengelernt, in den Kanzellen 4 bis 7. Das alles klingt sehr, sehr durig, sagt man auch dazu. Das heißt, du hast die komplette C-Dur-Tonleiter ja dort vertreten. Klingt alles sehr brav und gediegen. Irgendwann sind diese Instrumente allerdings mal auch in die Vereinigten Staaten gekommen. So um 1865, 1870 rum. Und da haben auch schwarze Musiker, zumindest schreibt man es schwarzen Musikern zu, etwas herausgefunden, was auch auf dem Instrument funktionierte. Die haben nämlich herausgefunden, dass man bei bestimmten gezogenen Kanälen, bei bezogenen Tönen etwas machen kann, was sie aus ihren Gesängen her kannten. Man konnte Töne klingen lassen, die zwischen den normalen Tönen der jeweiligen Tonleiter lagen. Man konnte etwas klingen lassen wie... Genau, und das hört sich schon mal viel, viel, viel interessanter an. Das, was wir da später gleich noch als Bending kennenlernen werden, diese Spieltechnik, mit der man das erzeugen kann, Töne klingen lassen zu können, die gar nicht drauf sind, das Bending, das funktionierte nicht überall gleich gut. Das passierte am besten bei den untersten vier Ziehtönen. Also bei Kanal 1, 2, 3, 4, da klappte das am Anfang am besten. Auf Ziehen, das sollte man dazu auch nicht vergessen. Da funktionierte dieses Heruntergleiten lassen des Tones mit der Spieltechnik Bending zu Anfang am besten, am einfachsten könnte man sagen. Wenn ich das aber mache, und die schwarzen Musiker haben das gemacht, wenn ich mich jetzt also mehr in der unteren Lage auf dem Instrument bewege und mehr die Töne ziehe, weil ich genau diese Spieltechnik Bending einsetzen möchte, dann klingt das, was ich da spiele, plötzlich gar nicht mal mehr in der Tonart, in der das Instrument gestimmt ist. Nein, auf einmal klingt das, was ich da spiele, in der Tonart des gezogenen Akkordes G. Weil auf Ziehen, in den untersten vier Kanzellen, da hat der Herr Richter die Grundtöne des G-Dur-Akkordes platziert. Das könnte man noch weiterführen, man könnte sagen, in die untersten fünf Kanzellen hat Herr Richter die Grundtöne des G-Dur-Akkordes platziert. Wir gehen jetzt also einfach mal frisch und unbekümmert, wie es so unsere Art ist, an das Instrument heran und sagen, ja, ich will dieses Bending einsetzen. Ich will mehr die Töne ziehen. Ich will das herausholen, was diese schwarzen Bluesmusiker auch aus ihrem Instrument herausgeholt haben. Mehr die Töne ziehen in der unteren Lage. Also diese beiden Dinge im Grunde genommen konsequent zu verändern, sich nicht mehr so viel in der mittleren Lage auf dem Instrument aufzuhalten, nicht mehr so sehr viel in den Kanzellen vier bis sieben, sondern eher in den Kanzellen eins bis fünf und dazu nicht mehr so viel die Töne ausatmen, sondern eher die Töne einatmen. Auf Ziehen anfangen und auf Ziehen aufhören. Dann klingt das automatisch in der Tonart G. Also um Sounds herauszuholen wie dieses hier. Da musst du schon mehr die Töne ziehen in der unteren Lage. Und dann klingt dein Spiel eher in der Tonart des C-Akkordes G, als denn in der Tonart des Blasakkordes C. Das ist der wichtigste Punkt, den du am Anfang wissen musst, wenn du bluesig auf deiner Bluesharp spielen möchtest. Du benutzt dieses Instrument nicht mehr unbedingt in der Tonart, in der es gestimmt ist, nicht mehr in der Tonart C, sondern du benutzt es in der Tonart des gezogenen Akkordes G. Machst dir einfach den Tonaufbau des Instrumentes zunutze. Und das Spielen in unterschiedlichen Tonarten auf dem gleichen Instrument, das benennen Mundharmonikaspieler als Spiel in verschiedenen Positionen. In der Tonart zu spielen, in der das Instrument gestimmt ist, in C auf einer C-Hab zu spielen, das nennen wir Spiel in erste Position. Und das Spiel in der Tonart des gezogenen Akkordes G auf unserer Bluesharp in C. Das nennen wir Spiel in der zweiten Position. Und das klingt schon ein ganz klein wenig, oder nein, es klingt eigentlich wirklich viel, viel, viel bluesiger. Es klingt bluesig, es klingt genauso, wie es zu sein hat. Dieses Spiel in zweiter Position ist genau das, mit dem wir uns, wenn wir bluesig spielen wollen, eher beschäftigen müssen. Weil nur da kann ich erstmal sinnvoll und musikalisch vor allen Dingen ratsam diese gezogenen Töne einsetzen, die es gilt mit der Spieltechnik Bending herauszuholen. Praktisch der Weg, der von der Mundharmonika zur Bluesharp führt. Der aus einer Mundharmonika, aus einer 10-Kanal-Einfachtönig-Diatonisch- nach dem Richtersystem gestimmten Mundharmonika erst eine richtige Bluesharp macht. Dieser Weg, den gilt es dir zu verinnerlichen. Und wie du jetzt genau diese wahrlich knusprigen Töne mit dieser Spieltechnik Bending noch herausholst, das erzähle ich dir im nächsten Kapitel.